du wirst nichts gezwungen du machst alles freiwillig ja wo bist du jetzt hin zu dem turm oder hast du jetzt kein opfer gesagt ja du bist ein opfer fick dich deine mama ist ein opfer ja wir hatten jetzt eben ziemlich in stressen so weil wir kamen auf den server drauf unsere unsere welt war in flammen lava umströmten umgebung wasser zersprengt zerbombt oder ähnliches und naja das ist kein schöner anblick und naja jetzt muss man uns eben ein bisschen abrackern und alles wieder aufbauen alles neu aufbauen es hat ein paar stunden gedauert weil ich die ganze die aufnahmen noch mal anschauen musste war ein bisschen nervig aber naja jetzt kann man nicht mehr aufnehmen naja muss ich nicht haben auf jeden fall haben wir es irgendwie geschafft mit backup funktionen und alles und scheiße den baum wollte ich jetzt ja jetzt habe ich was gesagt und wir haben jetzt schon seit mehreren wochen nicht mehr aufgenommen und ich habe keine ahnung mehr was wir machen wollten und und alles ich weiß noch dass sogar ein penisturm bauen wollte wo ist der denn schön der kommt noch jetzt lache ich schon drüber so unser verzauberungs tisch hast ja eigentlich auch rückstoß effizient schärfe schärfe schutz schutz ist jetzt andere eigentlich gemütet oder immer noch nicht gemütet haben wir uns am sitzen hätte haben wir wissen hallo sagen können aber naja hat er pech kriegt halt keinen auftritt so ich muss mir jetzt erstmal wieder alles zusammensuchen ich habe irgendwie alles verloren ich weiß nicht ob ich bestimmt in irgendeiner höhle tapfer gestorben bin oder nicht weiß ich nicht es ist ziemlich assi hätte ich mal häng du spaß fick dich in so nett wie immer ja ja habe ich gemerkt ich habe das vermisst weil ich ihn jetzt mehrere wochen nicht hören konnte wegen hey hallo hallo ich bin hier im moment ich bin tot natürlich spinnst du mich hier zu schlagen hau ab raus aus der küche ich habe kein problem ich habe kein problem mir geht es gut mir geht es gut so was würde ich jetzt noch mal schwert habe ich den ganz hab ich spitzhacker habe ich also ich gehe mal fahren ich baue mein tummüchen weiter nee soll ich dir nicht empfehlen wo kommen unsere wo sind unsere ganzen ich komme mir nicht mehr klar heißen ne schaufel könnte ich geboren gebrauchen haben wir eigentlich keine keine baumflanz sitzlinge mehr irgendwo ne ne wir haben hier keine steine mehr ach da wie keine steine mehr was für steine was brauchst du für steine hat der dieb geklaut tatsächlich krass naja so viel hast du natürlich natürlich nicht verbraucht aber keine ahnung wo die ganzen hin sind für die monster faller und doch diese einen steine depauern ja übelst hier ja jetzt gehe ich mal hoch und guck mal nicht dass ich handhaben werde mhm sprinten war ja so jetzt häng ich echt an der tür so mein gang nach unten ach meine schneemänner haben natürlich nicht überlebt so ein scheiß war klar übernehmen nicht lang naja an sich würden sie ja überleben aber das problem ist ja die schießen ja auf spinnen creeper und ähnliche so ein skelett und die die kämpfen noch mal zurück dann aber so fetten eisengolem könnte man auch mal gebrauchen weiß nicht wie man den macht fünf eisenblöcke ein kürbis und das war's also keine große wissenschaft mehr dafür nicht schon bei dir hapert es nur ein kürbis oder die griechenkürbis hin bald ist weihnachten das hast du vor wünschst du dir was ne wünschst du dir nicht echt jetzt mit zelda ja mit mit dingen zusammen mit dem neuen da ja mit dem weil ich nicht aussprechen kann also sprechen könnte aber nicht so oft hintereinander was sagt du das mal fünf mal hintereinander ganz schnell andere sagt du mal ganz schnell fünf mal hinter das ist egal muss ich aber nee ist schon gut alter den turm ist ja groß wie groß willst du noch mal das ist jetzt groß lasse ich hin nicht größer nein schlappschwanz und was willst du machen mit dem turm also sollte irgendwas dazu kommen oder ja da oben kommt jetzt noch was hin was denn eine fette baum eine fette baumkrono krone eine fette bärte bärte eine fette petra hey wenn die da sieht die schlägt mich ja dann ist es geil gut nee eben nicht sie würde mich schlagen wenn ich sag fairy tale ist kacke selbst da schlägt sie mich nicht also dass da das ganz eigentlich schon sagen er verstört sie nicht hey wollen wir demnächst mal von livestream machen und alles oder irgendwas oder mehr zocken es hat null zeit für irgendwas das jetzt halt ja du sitzt einen halben tag im tf weil ich dieses wochenende mal zeit du hast zeit okay dann halt nicht denn nächstes jahr nächstes jahr hast du zeit das ist eine führerschein da hast du das und das und das ist alles richtig ich habe ja für ich habe ja für euch an vielleicht nächste woche schon mal gucken für was für auto ja hast du alles hast du jeden tag ein paar stunden die fahrer fahrt die nehmann das machen wir noch alles irgendwie wird es ja in der woche nächste woche was sache ist und von weil ich bin ich noch fertig vielleicht wenn du bestehst denn alles weil ich meine das ist weihnachten ist nicht nächste woche ja klar aber ob das meistens geklappt hast du schon deine theoretische prüfung hat nein das wir sprechen immer alles ja mehr alles so schnell hintereinander klüppeln geht ja eigentlich nicht so ne hast du schon hast du schon theoretisch gelernt und so jeden tag ok wahrscheinlich handy ab handy ab ok einen tropfen wie viel liter kann das verschmutzen also wasser verschmutzen alles ich habe mir ernsthaft der antwort rauskriegs nicht wirklich ich weiß nicht ob du dahin ich freue jetzt mein eigenen turm nein man scherzen also noch größer und gigantischer machen nein ich mach mal ein bis ganz oben und wenn sie sich noch was drauf ich denke ich mache ich mache mein zweimal immer so mehr als du nicht egal aber wollen wir nicht irgendwie keine ahnung so eine mauer machen wollen wir nicht ja wenn die ab hast du hast du hast du ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich vergessen er ist eine hölle doch nicht das ist ein zombie na komm mal her hast du auch derzeit so oft schluck auf ich muss mir ist auch irgendwie aufgefallen ich habe jetzt in letzter zeit so oft schluck auf und so dass es mehr ist als ich bisher das ganze jahr hatte komplizierter satz aber egal ja doch ich fand kompliziert für mein doofes hören wie viele reichen 36 von anfang ja okay ich habe aber keine schön dass man es geklärt haben lol du hast ein eisengolam gebaut ja du hast gesagt ich habe noch keine ausengolam habe ich hätte es mir aber bescheid geben können sollte als überraschung dienen ja schön tolle überraschung was von eisengolam geworden natürlich hinten beim feld ne mit der einmal mal langweiler der box für alle summe gar nicht wahr gar nicht wahr toll zum eisengolam hast du dort ist eigentlich ding ins gepflückte abgeerntet hey das gibt es nicht er war gut können wir uns mal ganz kurz pennen legen ich bin schon in der Höhle David Britta mein Handy bitte ja ich kann mich nicht mehr auf bitte ich komm in die Nummer hoch der Wollt hab ich wieder eine Hacker ja wieder ein Hacker nein oh Mensch ne ich geh mal nach hause man fuck it back da musst du ey ja was haben wir eigentlich noch vor mit unserem Dachstübchen zu machen oh Handy jetzt nerven nicht So, ich wollte eigentlich noch, ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich eigentlich mal in Minecraft machen wollte, bevor ich sterbe. Echt? Ja, eigentlich. So zum Beispiel automatisch im Ofen zum Beispiel, würde ich mal machen. Die Schafdingens da umbauen, Schafsfarm. Und so, also ein paar Dinge wollte ich noch machen. Ja, dann mach's nicht, los, los, los. Ja, schaffe ich sowieso nicht alles wieder. Doch, alles heute. Nee. Du, so viel Zeit habe ich auch noch nicht, ich muss mal mit dem 10er aufstehen. Ja, ich nicht. Ja, du nicht. Aber ich. Aber hier fühlt sich auch voll leer an. Hier muss irgendwas hin. Disco, Ding, Stange oder so, keine Ahnung. Striptease-Stange, so. Hat sogar wieder was zu tun. Kann sich reiben. Kursche und mein Pferd. Kamin passt auch nicht, nee, passt nicht zu unserem Bude. Passt ein Kamin, nee. Oder? Nee, 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 nee. Was ist das so leer? Was soll ich denn hinbauen? André sagt mal, ach nee, du bist gemütet. Ein Penis, ein Penis. Ja, ich baue ein Penis hin, kein Problem. Penis. Sieht bestimmt ganz schön aus. Ja, denke ich auch. Aber, jetzt habe ich mich geschlagen. Ne, das passt auch nicht. Das geht auch nicht. Jetzt hast du einen Eisenblock zu viel in der Kiste. Warum? Du gesagt hast, ich soll sechs Eisenblöcke... Ich habe fünf gesagt und ich habe es oft... Ich habe, ich habe... Ja, 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 gut, 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 gut. Ich werde meinen ganzen Penis drauf. Na, Ben? Ich kann bezeugen, wie groß der ist. Ich schneide nachher die Szene raus, ne? Ja, ja, schneide ihn. Äh, ich meine, die Szene. Mach ich. Und dann? Was ist, wenn ich recht habe? Ja, dann hast du recht. Und dann? Ja, dann hast du halt auch mal recht. Und dann kriegt der Penis. Das ist ja auch, wie können es sein. Das ist ja gar nichts. Nichts hast du denn nicht. Nichts hast du denn auch für so einen Arschloss zu sein, merke ich gerade. Naja. Kriegst du fast hin, vielleicht auch mal mal. So, ich nehme jetzt mal Redstone und dann nehme ich es. Redstone nimmt das nicht noch. Was für eine Hure? Ich sollte echt aufhören damit. Ja, irgendwie schon, ne? Nervt doch ein bisschen. Nein, Spaß. Nö, nö, nö. Achso, achso, ich nerve. Nein, das war ein Spaß. Ich kann ja auch. Ich kann ja auch. Hey. 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 Pass auf. Alles wird gut. Alles wird gut. Ähm, jetzt habe ich vergessen. Was würde ich jetzt noch machen? Ah, ich brauche Holz. Und ich brauche Steine. So war ich bei Steine. Aber der will schon wieder Sachen haben, Mann. Ich brauche Steine, wo sind die ganzen Steine hin? Die habe ich alle für den Topper brauchen. Fick dich. Was hast du das Gold gefunden? Find man Diamanten, du? Bist ja unnütziger als André. Das soll schon was heißen. Nein, tut mir leid André, ich habe dich lieb. So, wo kriege ich Steine her? Steine. Steine. Weil ich halt das gar nicht mit, weil da am Wechseln ist. Na stimmt. Ach, den Weg wollte ich auch nach unten machen. Ich wollte Lapis Lazuli haben. Oh, das muss ich mir aufschreiben auf die To-Do-Liste. Scheiße. Lapis Lazuli. Oder würde ich doch Diamantenblöcke nehmen? Wo führt denn das hin? Ging es dann weiter runter? Hattest du eine Höhle gebaut? Was machst du denn da unten? Ich weiß es nicht. Was machst du denn da unten? Gibt es da irgendwas? Hallo? Machst du echt gerade Tripfarming? Nein. Nein, ich habe das nur gemacht, um Steine zu holen, du Fisch. Selber du Fisch. Oh Mann, er hat mich Fisch gedacht. So, du. Was geht für das? Ich mach mal. Was soll das? Scheiße, Mann. Deine Mutter kam mir beim Mund zu Barsch, ne? Zu viel Saufpack. Ja. Zu viel Saufpack für dich. Für dich gibt es kein Saufpack mehr. Hey. Hey. Lämie Wings. Lämie Wings. Ja, sag gar nicht sofort. Das ist so schön. Ja, eigentlich ist es traurig.